Das hat ihn gar nicht berührt! Das ist doch völlig scheiße, da war gar nichts. Oh Mann, das ist doch echt fies. Ey, hallo? Ich glaube schon. Das ist doch scheiße. Oh, meine Fresse. Nein, nein, nein. Weg, weg, weg vom Tor. Hauptsache weg. Oh, mein Kiel. Oh, nein. Ich sehe da gern. Da hinten kann er bleiben. Frescher! Nein, nein, nein! Anschließend! Meine Fresse. Ja. Oh nein, oh nein, nein, nein. Nein, nein! Okay, jetzt hast du bitte nur noch Gleichstand. Das sind nur zwei Minuten. Christoph zeigt, dass du der Beste bist, ja? Ist so lange er noch hier. Eben. Nein. Nein. Sehr schön. Ja. Und jetzt? Seba! Takis! Bodajdam! Sascha! Sascha, los! Seba! Oh Mann! Schande! Jetzt Sascha! Sascha! Nein, zusammen, zusammen, zusammen! Ja, so klar! Machschu! Lechime! Sascha, Sascha, Sascha! Lauf! Machschu! 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 Das ist eine Mischung aus Max und Sascha. Kann man gleich erkennen, wer an der Aktion teilnimmt. Ja. Jetzt. Seba, los! Lauf! Ja, Nico! Hanna, ich sehe nichts zu dir. Nein! 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 Scheiße! Oh boah! Lauf schon Nico! Los! Los Nico! Los! Los Nico! Noch gar keiner. Ja. Oh nein, 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 nein! Was macht der denn da? Lauf zurück! Zurück! Los! Los jetzt! Schieß! Ja! Nein! Oh Mann! Oh, das war schade. Das wär gut, wenn der Torwart schon so eingebildet ist, dass er mitten aufs Feld kommt und meint, er muss gar nicht mehr im Tor sein. Pfff! Arrogant. Die müssen jetzt noch einen aufkriegen. Hm, auf jeden Fall. Oh, scheiße. Fester. Jetzt! Schieß! Schieß, Sascha! Mann! Ja! Scheiße! Was geht da ab? Vorsicht jetzt! Vorsicht! Ja, ja, ja! Zurück! Ja, ja, ja! Zurück! Ja, Nico! Los jetzt! Bartosch! Sascha! Was? Scheiße! So ein Mist. Aber hey, es ist gleich vorbei. Los jetzt! Letzte Chance, Jungs! Oh, nicht so! Oh! Bisschen Torwartschut! Ja! Vorbei! Hey, Sascha! Du musst einfach mitmachen, dann hörst du es nicht! Ganz gut, oder? Ja! Ja! Die ganze Zeit gut! Wicker! 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 Ja, was denkst du? Ich kann morgen nicht sprechen, ist doch klar! Aber die Hände sind auch ganz... Ja, fast bunt, ne? Ja! Ja! Ja, sommer gut! Ja! Du musst einfach mit dem Passag ausleiten. Ich schenkierig also! Hey! Danke! Danke! Vielen Dank.